Vom 8. bis 13. Juli findet das Big Band Festival in Bad Rackersburg statt. Erstmalig ist es ein Festival, es war bis jetzt immer nur ein Workshop. Am Montag beginnt es mit der Big Band Bad Gleichenberg im Museumshof. Am Mittwoch wird es eine Big Band Night geben, hier am Frauenplatz mit dem Jugend-Jazz-Orchester Steiermark und der Riverside Big Band. Am Donnerstag spielen die Dozenten des Big Band Workshops ein Konzert. Am Freitag im Rahmen des Glamour-Festivals findet hier am Frauenplatz die Jam-Session statt. Davor wird es eine Parade geben mit den Musikern des Workshops. Wir marschieren mit einer Marching-Band Richtung Gonirat-Gonar und werden somit die zwei Länder bzw. die zwei Städte verbinden und im Anschluss an die Jam-Session gibt es ein Konzert von Binder und Kriegelstein im Jazzkeller und der Workshop wird am Samstag mit dem Abschlusskonzert des Big Band Workshops abgeschlossen. Ja, aber der Big Band Workshop und die Veranstaltungen ist nicht alles, sondern es gibt noch vom 27. bis 30. Juli Soul & Blues und da gibt es am 27. das erste Konzert mit Raphael Resnik und seine Soul & Gift Band und geht dann weiter am 28. dann ist also mit Sir Oliver Mali ein Konzert und am 30. ist eine Jam-Session im Zehnerhaus. Wie die Musee in Patratkesburg Bis zum nächsten Mal.